Hallo und herzlich Willkommen bei Phoning Home mit der Einie und dem Ayan. Ja, und hören tut's ihr, die Danu. Ausgesetzt auf einer Eisschule. Ganz toll. Einie, was machen wir? Da ist ein Portal, Elli. Ernsthaft ins Wasser springen? Die stelle ich nicht so an. Eben. Du siehst. Ah, bevor ich vergesse, Ayan, dein Scanner sollte jetzt wieder einwandfrei arbeiten. Ja. Ausnahmsweise mal gute Nachrichten. Ja. Oh, okay. Da vorne ist so ein Tor. Kann man da noch was rumlegen? Keine Ahnung. Eisen. Und da haben wir keine Noble. So, wie kommen wir jetzt weiter, Elli? Und da kommen wir. Ja. Da drüben hätten wir ein Portal. Und hier haben wir ein Portal. Jetzt weiß ich noch nicht. Boah, wo dieses Portal genau ist. Ich hab das Gefühl, dafür müssen wir da auf diesen Vorsprung. Schauen wir mal, Annie. Ich weiß doch, ich würde dir nie was Böses. Also meistens nicht. Das ist dieser Vorsprung hier. Ja, das ist dieser Vorsprung. Wie kommen wir da jetzt runter? Am besten. So. Warum, Annie? Sehr gut. Übersprung. So. Und jetzt? Und jetzt? Weeeeee. Hm. Okay. Jetzt Zimmer. Ist das da? Okay. Das war ein Sprung zurück. Ich das richtig. Ja doch, weil da haben wir ja angefangen. Oder? Also gut, Annie. Das war's nicht. Wir müssen nochmal da rein. Genau. Das war's nicht. Gut. Ähm. Bleiben wir mal da, Annie. Okay. Kann man sich irgendwo hin teleportieren. Da drüben hält man Metall, oder? Ähm. Nein, das mag er nicht. Das mag er nicht. Mag er auch nicht. Das mag er auch nicht. Annie, ich komme. Komm her, Annie. So. Okay, jetzt hält man hier. Hier wieder ein Portal. Komm. Hopp. Hopp. Warte aber eine Schönheit. So, so. Da unten ist ein Portal. Okay. Okay. Du wirst still leiden. Das will ich erst mal sehen, Annie. Das glaube ich dir noch nicht. Du wirst kein Wort hören. Aha. Ja, nee, ist klar, Annie. Ich sehe jetzt auf die Schnelle nur hier unten ein Portal. Keinen anderen Weg, oder? Was ist das da unten? Ach, das ist zu weit weg. Komme ich da irgendwie runter? So. Eine, probieren wir mal was. Warte mal, speichern wir mal sicherheitshalber ab. So. Jetzt komm her, Annie. Möglich, dass wir jetzt drauf gehen. Das ist alles möglich. Ich möchte probieren. Wo war das? Da. Ah. 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 Ja. Genau, das habe ich befürchtet. Bitte melde dich. Also gut, das war keine gute Idee. Dann würde ich sagen, probieren wir es doch lieber mit dem Sprung in den Teleporter da unten. Wo ist der? Ja. Ähm. Jetzt müssen wir nur wieder finden. Da. Da müssen wir, glaube ich, da vorne irgendwo. Oder da. Da wäre es jetzt schön, wenn man die Ansicht mehr wechseln könnte. Ich bin mir so nie sicher. Ja. Bäh. Ähm. Ähm. Da waren wir doch schon mal. Einig kommst du runter. So, jetzt bin ich leider da runtergefallen und ich weiß nicht, wie ich zu Annie komme. Nein. Nein. Warte mal. Wo ging es zurück? War doch hier irgendwo, oder? Du wirst gerade zynisch eine. Ist mir gar nicht aufgefallen. Überhaupt nicht eine. Okay. Die Wüste war doch nicht so schlecht. Ja, das fällt ein bisschen spät ein. Au. Hm. Gab es nicht keinen Schwimmern? Nein. Glaube ich nicht. Ähm. Ja, okay. Machen wir es einmal so. 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 Also. Gar nicht mal so leicht, diese Dinge da unten zu treffen. Nö. So. Okay. Deja vu für dich. Das ist schön, Annie. Sieht vertraut aus. Ja, das haben wir schon festgestellt. Wir sind hier wieder zurück. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir da runter, ohne dass wir großartig sterben. So. Bleiben wir mal da. Das nehme ich mal. Jetzt kommst du wieder mit. Und wir müssen da runter. Äh. Genau. So. Wo kann man sich hin teleportieren? Du wirst zynisch, Annie. Ist mir gar nicht aufgefallen. Wir brauchen eigentlich ja nur Metall. Nein. Willst du ihn wieder in die Wüste? Kann man machen, Annie. Geht das da hinten? Moment. Na, haben wir doch was. Wenn das funktioniert. Nein. Ich dachte, das mag er nicht. Das da oben. Ist das, wo wir herkommen, oder? Genau. Ah, da ist noch was. Moment. Gehen wir mal. Da her. Ja. Ich sehe hier noch was. Ich bin noch gar nicht zu nahm Wasser. Es ist voll daneben. Eier. Du musst etwas zielen üben. Auch zu weit weg. Komm ich irgendwie näher ran? Oder haben wir da drüben was? Nee, da falle ich mir gleich ins Wasser. Ach, so geht's? Ok, die eine ist schon drüben. So, sorry, einmal ließen. Genau, das hat lange genug Zeit gehabt, ja. Ja, so kennen wir dich doch. Alles ganz okay, bist ja du. Jetzt ist die Frage, kommen wir da rüber? Okay, das sollte ich aber schaffen, selbst mit der Annie. Na, sag mal. Vor diesem Sprung wisst ihr, was wir tun, oder? Ja, einmal speichern, speichern, zack, gut, jump, aha, ja gut, oh, Moment, da ist was. Noch kein Mythox mehr? Nein, dafür sowieso nicht. Photonikon, ich habe noch drei, ist da. Da haben wir Mythox. Gut, das brauche ich echt nicht. Ist okay. Mitkommen, Annie. Oh, die ist ja schon wieder raus. Jetzt müssen wir da rüber. Der nächste Jump, Annie. Sollen wir wieder speichern? Nein, nein. Jetzt schaffen wir es, Mona. Uch. Sehr gut. So. Nächster Jump. Jetzt komm hier, Annie. Warum lass ich dich überhaupt los, Annie, hä? So. Autsch, das hat zwei Prozent gekostet. Aber, jo. Glaubst du, auf diesen Vieh gibt es sowas wie Frühling? Ähm, keine Ahnung. Das Problem ist, wenn hier alles schmilzt, dann ist die Frage, wo wir hin sollen. Ja, nee, ist klar, du würdest Gedichte schreiben. Irgendwie. Ja, Annie, ja, ja, ist ganz klar. Komm mal weiter. Ich brauche auch einmal das da. So. So, wie schaut's denn jetzt da aus? Oh, jetzt die Frage. Da drüben sind Schambler. Okay. Warte. 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 Was ist, wenn ich da hochgehe? Was sehe ich da? nicht viel, okay. Und da sind wir gekommen. Und darüber würde ich gerne hin. Wie komme ich darüber? Kann ich vielleicht, Moment mal, ich habe eine Idee, da rüber ein Portal machen? Nein. Kann ich hier ein Portal machen? Ja. Ist nur die Frage, ob man das überlebt. Das finden wir raus, denke ich. Ah, Annie, das finden wir jetzt raus. Reicht das jetzt mit euch? Ja, reicht. Annie, speichern. Nein, doch. Okay, sie erfreut sich schon an Samplon. Annie? Annie? Ah. 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 So, jetzt kann ich uns erst mal reparieren. Ertränke mich mal nicht mehr. Jetzt bring ich mir. Nein, Annie, das würde ich nicht tun. So, 80% sieht schon besser aus. Jetzt muss ich aber für meine Gesundheit auch was tun. Gut, 97%. Gut, 97%. So. Ähm. So, Annie. Jetzt nehme ich dich einmal. Und wir probieren das nochmal. So. Genau. Zimmer. Hier. Uh. Ein riesengroßes Gerippe. Oh. Ich meine, wenn ich jetzt raten müsste, dann würde ich jetzt folgendes machen. Moment. Wir speichern nochmal. Haben jetzt das Gefühl, dass das ist eine Folge, wo man sehr oft sterben könnte. Da geht's nicht. Ich brauche eine Stelle, von wo ich da reinfallen kann. So, Annie. Und jetzt viel Spaß. Wow. Das war daneben. Ich habe dein Signal verloren. Und deswegen habe ich es gespeichert. Annie. Bitte melde dir. Ähm. Ion, was ist mit Annie? Hm. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wie treffe man dieses Ding da? Kann man rüberspringen? Das kann man auch noch probieren. Wir haben es ja gespeichert jetzt. So. So. Wir haben das Gefühl, dass der Sampler vorher ausgeht. Ja, genau. Und jetzt? Lol. Ach, jetzt sind wir auf der anderen Seite, oder? So. Und jetzt? Jetzt hätten wir hier wieder ein Portal. Oder sind wir doch wieder zurück? Wo ist das Portal? Das ist ziemlich genau. Ja. Ja. Wir sind wieder zurück. So. Wir haben den Weg da drüben genommen im Prinzip. Wir machen jetzt nochmal das da. Das da. So. Wenn wir jetzt hier sind. So. Wenn wir jetzt hier sind. Und da sind wir rüber gesprungen. Und da sind wir rüber gesprungen. Und da sind wir rüber gesprungen. Ja. Darüber geht's nicht. Kommen wir da rüber? Nein. Ne. Was machen wir da rüber? Auch nicht. Es muss aber irgendwas inreich werden. Da ist doch nirgends Metall oder? Sehe ich es noch nicht. Da kommen wir nicht rüber. Das war daneben. Aber es reagiert doch gar nicht. Gut. Dahin? Nein. Und dahin? Auch nicht. Oh. Und da bin ich ja gekommen. Das war so eine riesen Platte. Tag 14 haben wir schon. Zwei Wochen bin ich jetzt schon auf diesem Ding. Wir sind doch da rüber. Daher. Und was jetzt? Probieren wir es noch mal damit. Ähm. Äh. Nicht so. Ich habe kein Signal mehr. Bitte melde dich. Ähm. Man sollte doch zielen können. Oder was sehe ich da was? Ich würde sagen, ich schaue mir das jetzt noch mal an. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Aber es müsste eigentlich rüber weiter gehen. Ja. Wie gesagt, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ähm. Bis dahin vergnügt sich die Annie dann auch ein bisschen und schweigt mich zynisch an. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss, ciao und papa. Tschüss.